Es ist kaum zu glauben, dass hier vor nicht einmal zwei Jahren ein schlimmes Unglück mit 14 Toten geschehen ist. Ein Abriss und Neubau der Werkstätte kam für den Träger, den Caritasverband Freiburg-Stadt, nicht in Frage. Alles einfach so zu lassen, war aber auch keine Alternative. Wir wollten die Werkstätte insgesamt neu gestalten. Wir wollten verhindern, dass es unnötige Erinnerungspunkte gibt an das Unglück, wollten aber auch den gesamten Rahmen eben nicht verlassen, denn dieser Rahmen war ja ein Ort glücklicher, guter Zusammenarbeit für die allermeisten Beschäftigten über viele Jahre. Und so haben wir eben versucht, diese Gratwanderung zu gehen, zwischen neu, aber wiedererkennbar. Bei der Umgestaltung der Räume nahm sich der Caritasverband bewusst Zeit und ließ sich von einem Trauma-Experten beraten, der auch schon nach dem Amoklauf in Winnenden Hilfe geleistet hat. 1,5 Millionen Euro hat die Sanierung der Werkstätte gekostet und ein Drittel davon übernimmt die Versicherung. In die Planung waren die Beschäftigten und Mitarbeiter der Werkstätte eng eingebunden. Man hat Wünsche gehabt, vor allem nach mehr Licht. Das war ganz wichtig. Wir haben farblich vieles verändert und wir haben auch Funktionsräume in der Werkstätte verlegt, um neue Wege gehen zu können, neue Wege, ohne aber den vertrauten Rahmen insgesamt zu verlassen. Rund 80 Menschen mit Behinderung kamen übergangsweise bei IMS Connector Systems in Löffingen unter. 20 weitere wurden im Seniorenzentrum St. Raphael in Titisee-Neustadt betreut. Von Anfang an wurden sie psychologisch begleitet. In den vergangenen Wochen hat Susanne Schmidt vom Psychologischen Dienst des Caritasverbandes den Beschäftigten in Kleingruppen die umgestalteten Arbeitsplätze gezeigt. Sie haben vieles wiedererkannt, vieles neu entdeckt und auch kamen immer wieder Fragen, wann ist es denn soweit, wann können wir denn zurück. Alles in allem ist die Akzeptanz sehr hoch, die Freude groß und jetzt, wir haben es soweit versucht, nach allem, was uns zur Verfügung steht, den Wiedereinzug vorzubereiten und schauen nun, dass es gut gelingt. Klar ist aber auch, keiner der Beschäftigten wird gezwungen, an den Unglücksort zurückzukehren. Es gibt bewusst auch alternative Beschäftigungsangebote für Menschen, die hier nicht zurück in die Werkstätte kehren wollen. Das sind nicht allzu viele, aber wir wissen nicht, wie sich die Zahl entwickelt. An dem schweren Unglück im November 2012 hat die ganze Region großen Anteil genommen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann kam zu einem Kondolenzbesuch. Insgesamt kamen rund 330.000 Euro an Spenden zusammen. Es wird so sein, dass wir die Spenden vollkommen und komplett in die Nachsorge der Betroffenen einsetzen. Das heißt, im Moment läuft zum Beispiel eine Freizeit auf dem Bodensee oder weitere Maßnahmen. Heute beginnt die Rückkehr von 20 Beschäftigten des Förder- und Betreuungsbereichs. Bis Mitte, Ende Oktober sollen dann auch die 80 Beschäftigten des Arbeitsbereichs die neuen Räume nutzen. Auf einer Wiese hinter dem Gebäude soll außerdem in enger Zusammenarbeit mit den Beschäftigten ein Ort des Gedenkens entstehen.